... sich schon mal neue Kochtöpfe. Das war's für viele wohl mit dem Auswärtsessen. Wenn die Pasta im Restaurant um die Ecke auf einmal 24 Euro kosten soll, dann ist wohl die Frage, wer sich das überhaupt noch leisten kann. Lebensmittel sind in den letzten Monaten ja eh schon teuer geworden. Jetzt soll die Mehrwertsteuer auf Speisen im Restaurant auch wieder steigen. Dürfte deutliche Konsequenzen haben für viele Gastronomen im Norden. Das ist mal ein schwieriger Gast. Viel wurde diskutiert in den vergangenen Tagen, ob man im Moment einen Politiker wie Erdogan in Berlin empfangen dürfe. Einen, der Israel einen Terrorstaat nennt. Und die Hamas eine Freiheitsbewegung. Kerstin Dausend in Berlin. Das war ja ein kurzer und doch viel diskutierter Staatsbesuch. Welcher Eindruck bleibt denn nach diesen 33-Minuten-Pressekonferenz? Kerstin Dausend, besten Dank nach Berlin. Gerade in Hamburg dürfte dieser Staatsbesuch durchaus mit Spannung verfolgt worden sein. In Hamburg gilt ja als Vorreiter in Sachen deutsch-türkischer Beziehungen. Stichwort Staatsvertrag. Ein Meilenstein für den Islam. So wurde es vor elf Jahren gesagt. Aber jetzt, im Licht des Nahostkrieges, müssen die immer schon komplizierten Verträge möglicherweise noch mal ganz neu bewertet werden. Und in dieser Woche, da gab es im Bundestag durchaus viele kontroverse Themen. Denken wir nur an das 60-Milliarden-Loch, das sich da auf einmal aufgetan hat. Wie wohltuend ist da jetzt die Debatte um das Namensrecht? Harmonie und Schulterklopfen quer durchs Parlament gestern Abend. Ja, aber die Menschen vor Ort, zum Beispiel in Ostfriesland, reagieren eher mit so einem Schulterzucken. Anfang nächster Woche. Das war der Tag im Norden. Hier geht es jetzt weiter mit der NDR Talkshow. Und das ist schon die letzte Sendung von Johannes Wimmer. Der hört ja als Moderator auf. Viel Spaß, also ein letztes Mal mit Ihnen. Schönen Abend.